Moin moin, lieber FC24, Freunde und herzlich willkommen zu dem neuen Player Review. Heute geht es um die nächste Icon- bzw. Baby-Icon-SPC. Denn der gute Ruth Rullit hat gestern Abend, wie auch von EA angekündigt, seine neue Icon-Karte bekommen. Er hat ein immenses Downgrade bekommen und allen voran kann ich dir jetzt schon sagen, wenn du richtig Bock haben solltest auf einen normalen Rullit, dann definitiv Finger weg. Aber, und hier haben wir dieses Mal ein ganz, ganz großes Aber. Bevor wir allerdings rein starten, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du A, nichts mehr verpassen willst, B, lass mich gerne in den Kommentaren wissen, was deine Meinung zu Rullit ist und ob du ihn gegebenenfalls abschließen wirst. Denn wenn man ganz ehrlich ist, wir haben für diese Karte knapp 60 Tage Zeit. Und an jeden, der hier erwartet, einen richtigen, richtigen, richtigen Rullit zu bekommen, gerade dieses Jahr, muss ich euch enttäuschen. Denn EA hat seinen Kopf angepasst. Es ist die erste Karte in FC24, die auf einer Icon- bzw. auf einer Special-Karte eben wirklich einen anderen Body-Type gegebenenfalls hat. Bei Football wird noch nicht die Größe und das Gewicht angezeigt. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich der Body-Type vom letzten Jahr von seiner Baby-Karte ist. Aber er hat auf jeden Fall nicht mehr diese langen Haare, sondern diese kurzen. Und die hatte er eigentlich die letzten Jahre nur auf seiner Baby-Karte. Das ist relativ wichtig zu erwähnen, denn der Body-Type war schon eine gute Ecke anders und ging schon fast so in die Richtung wie ein Baby-R9 gegenüber seiner Mittleren oder seiner Prime-Karte, je nachdem, wie man dann immer letztendlich gezockt hat. Es war immer sehr bluffy. Allerdings haben sie seine Stats verschoben auf eine Art und Weise, die im ersten Moment ziemlich weird aussehen. Wir gucken mal ganz kurz in seine normale Biografie rein. Er ist 1,91 groß, 4 Sterne Skills, 5 Sterne Reakfoot. Er hat High-High Workgrades. Hat normalerweise, by the way, High-Medium. Generell haben sie ihn eher an diesen defensiven Part gedrückt, aber das Downgrade klingt im ersten Moment schon sehr wild. Sie haben ihm zwei Pace weggenommen, was actually okay ist, ob 83 oder 85, ist scheißegal. Allerdings haben sie ihn sechs Schießen weggenommen, zwei Passen, haben ihn ein Dribbling weggenommen. Dafür hat er fünf Death bekommen und die Art und Weise, wie sie die Death-Sets angepasst haben, ist relativ cool, da reden wir gleich drüber. Auf der anderen Seite haben sie ihn dann aber wieder sieben Physis weggenommen, was dann nochmal ein bisschen mehr auch in Richtung des Bodytypes, des eigentlichen Baby-Hulles der letzten Jahre spricht. Aber, wenn wir uns jetzt die Facesets angucken mit 83, 82, 86, 85, 85, 80 und wir legen die Hand drüber und blenden aus, dass da Hulle draufsteht, dann wäre das eine solide Allrounder-Mittelfeldkarte. Aber, wenn wir ehrlich sind, das sind keine Ausreißer-Stats, wo man sagen könnte, heilige Scheiße sieht das wild aus. Deswegen war meine erste Reaktion, als ich ihn gestern Abend gesehen habe, sehr ernüchternd. Wenn wir allerdings in die In-Game-Stats gucken, und da sind wir nicht mal bei den Playstyles, sieht es eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Denn das Tempo mit 83 Antrim und 83 Sprint-Speed ist eigentlich perfekt. Er hat halt drei Sprint-Speed verloren, das war's. Der Schuss ist natürlich ordentlich nach unten gegangen, gerade der Abschluss fährt mit 80, ist eine schwierige Kiste. Die Pass-Stats sind aber absolut fein. Auch wenn er nur 86 Passspiel hat, mit 87 Übersicht, 87 Free-Crick-Equicy, 87 Kurzpass und 89 langer Pass sind eigentlich alle Stats besser. Das Einzige, was sein Passspiel ein bisschen unten hält, ist sein Flankenwert. Was ein bisschen weird ist, alles nein. Meiner Meinung nach könnte es auch easy eine 87 sein. Und seine Dribbling-Stats sehen eigentlich auch nicht verkehrt aus. Denn mit 84 Beweglichkeit, 85 Balance, 90 Reaction, 87 Ballkontrolle, 84 Dribbling und 86 Ruhe haben wir eigentlich keine Schwächen. Es geht definitiv besser, gerade bei seiner Größe, aber wir haben keine Schwächen. Defensiv muss man sagen, hat EA einen absolut smarten Move hingelegt. Denn sie haben ihn von 80 Defense, beziehungsweise ja, 80 Defense auf 85 angepasst und sie haben einfach flat alle seine Stats auf 85 gesetzt. Das heißt, er hat 6 Interceptions bekommen, er hat 8 Defense Awareness bekommen, er hat 10 Sliding Tackle bekommen und den Rest haben sie dann ebenfalls auch noch ein bisschen nachjustiert. Das sieht richtig sexy aus. Die 7 Physis tun da hingegen aber wirklich ordentlich weh. Klar, die Sprungkraft braucht er wahrscheinlich nicht unbedingt bei seiner generellen Körpergröße und mit den Playstyles. Trotzdem ist das Ganze so ein bisschen lala. Die Ausdauer, die flöten geht, tut ein bisschen weh, aber da haben wir den Playstyle, der dann ein bisschen gegenkontakt. Und ansonsten hat er halt 6 Stärke verloren, das ist definitiv verkraftbar mit seinem Bodytype. Und der Aggression-Wert, der dann wiederum von 84 auf 76 runtergegangen ist, tut hier schon mit am meisten weh, gerade dann, wenn er nachsetzt. Aber, und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber. EA hat ihm Playstyles gegönnt, die sind der absolute Wahnsinn. Er hat den Power-Kopfball behalten, das war, glaube ich, vorher sein Gold-Playstyle, also sein Playstyle-Plus. Sie haben ihn weiter Pass gegeben. Er hat Incisive bekommen, das sind die beiden relevantesten Pass-Playstyles. Leider nicht Tiki-Taka, aber gerade dann, wenn man in den Raum mit ihm reingehen möchte oder mal die Abwehr-Kette überspielen möchte, klappt das sehr, sehr gut. Haben wir schon oft genug drüber geredet. Ansonsten gönnt euch gerne mein Playstyle-Video, wo ich auf alles sehr genau eingehe. Um seine alternative Position oder die sechster Position noch mal ein bisschen weiter zu verstärken, haben sie noch Antizipation bekommen, da brauchen wir, denke ich mal, nichts zu sagen. Der Waschbär größer eigentlich alles in diesem FC-24-Teil, wenn es um die Defensive geht. Bruiser wäre meiner Meinung nach auch sexy gewesen oder Intercept, aber in der FIFA-Community ist der Waschbär definitiv größer in beiden Playstyles. Und jetzt muss man ganz klar sagen, hat EA mich ein klein wenig gecatcht. Mit Ruhrpohl als Playstyle-Plus ist absolut, da ist mein Herz fast schon bei Hullet. Ja, denn ich bin ganz ehrlich, auch das schon oft genug erwähnt, Ruhrpohl ist für mich mein Lieblings-Playstyle in FC-24. Um den als Gold-Variante aufhullet, da rieche ich den doch schon bei mir als zweiten Stürmer mit Finisher, weil seine Ballkontrolle so gottlos heftig sein müsste. Heilige Scheiße, ist das geil. So, dann hat er noch in der Luft, das heißt, die Kopfbälle wird er trotzdem gewinnen. Mal nicht ganz so viel, wie es auf seiner anderen Karte der Fall war, aber nichtsdestotrotz sollte das noch klar gehen. Und mit unerbitterlich ist sein Ausdauerwert irrelevant, das heißt, er kann die ganze Zeit auf jeder Position 90 Minuten durchspielen. Das heißt, die Defizite, die wir jetzt mehr oder weniger in den In-Game-Stats zum Teil bekommen haben, denn das Upgrade, wie gesagt, oder Downgrade ist ja schon relativ groß, hat er definitiv einen immensen Mehrwert auf seiner Playstyle-Seite. Denn normalerweise hat er Powerheader, Chipshot, Powershot, Raserei und Aerial. Die sind alle weg und dafür haben sie ihn in die komplette, in ein Mittelfeld-Korsett geschoben, was nicht dichter an Touré hätte sein können. Wenn man ganz ehrlich ist, hat man für den Cholet auch noch knapp 60 Tage Zeit. Das heißt, wenn man das ganz ruhig und ganz sachlich angeht, dann kann man diesen Cholet wirklich entspannt auf eine Art und Weise mitnehmen. Und jetzt kommen wir zur nächsten Thematik, auch wenn es wahrscheinlich erstmal nicht so schnell eintreffen wird. Mit diesen Face-Stats, und das ist ein Punkt, den ich nicht unbedingt unter den Teppich kehren wollen würde, und ich weiß nicht, ob das viele Leute letztendlich auf dem Schirm haben. Mit diesem Punkt, auch wenn er ein Place der Platz hat, könnte er jederzeit in eine Evo passen. Die Karte ist sowieso Untrade. Und wenn wieder mal sowas kommt, wie mit viel Dynasty oder irgendwas in diese Richtung, wo der Pace-Wert nicht ganz so wichtig ist, um die restlichen Stats ein bisschen Freiraum mit sich zu bringen, weil man einfach nur Schießen, Physis und was weiß ich, ja, den Tempowert als Grundvoraussetzung hat, dann könnte der mal ganz schnell noch überall plus 2 oder 3 bekommen. Und wenn das der Fall ist, dann wird die Karte, ja, fast auf dem Niveau wieder von seinem normalen Cholet sein, aber mit deutlich besseren Playstyles, und auch nebensprechen besseren Playstyles einzelner Centurion-Karte. Und die Centurion-Karte kostet mal ganz entspannt, ah, doch, ist Centurion, ist richtig, kostet mal ganz entspannt 6 Millionen. Also, ich habe, ja, war wirklich so kurz davor, den Zidane als SPC abzuschließen, und bin bei Zidane mehrmals schwach geworden. Ich bin gerade froh, dass ich den Zidane nicht gemacht habe, weil ich gerade sehr, sehr schwach werde bei Cholet. Denn alles, was Zidane kann, könnte eigentlich auch Cholet können, mit aber einem etwas krasseren Bodytype, mit einer etwas größeren Präsenz, und gerade mit besseren Playstyles. Ja, man kann ihn auch ohne Probleme, das können wir auch nochmal ganz kurz erwähnen, dadurch, dass er Innenverteidiger, ZM, ZDM und Mittelsturm spielen kann, ist er natürlich relevant für jegliche Evolutions, die dann letztendlich irgendwann mal möglich sind, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite kann man ihn wirklich überall da spielen. Ja, wenn man uns mal die Stats ganz kurz hier noch anschaut, von Cholet, mit beispielsweise, umhört euch bitte nicht, dass da Mostly Explosive und Controlled Explosive steht, das ist falsch, ich glaube, das liegt daran, dass seine Größe nicht da ist. Das geht nicht. Also, es geht, glaube ich, bei ihm nur Controlled und Controlled Lengthy. Mehr dürfte bei ihm eigentlich nicht mehr gehen, sein mit Architekt. Lassen wir mal ganz kurz bei Food.GG nachgucken, bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Wenn ich ihm Architekt gebe, ist er ja trotzdem Controlled Lengthy. Okay. Ah, Food.GG ist ja wieder ein klein wenig besser. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Mit Shadow. 91 Pace, 91 Sprint Speed, 93 Interceptions, 89 Defensive Awareness, 93 Standing Tackle, 97 Sliding Tackle. Als Innenverteidiger ist ein bisschen racedet, aber heilige Scheiße sieht der gut aus. Ansonsten von eben Basic bis hin, also Basic sieht wirklich gestört gut auf ihm aus, bis hin auch zu, wie gesagt, Finisher, gegebenenfalls im Sturm, ja, über, gegebenenfalls ein Gladiator, ein Guardian, ja, wenn ihr den da im Mittelfeld spielt, Boys. Mit 88 Agility, 93 Balance, 90 Reaction, 91 Ballkontrolle, 96 Dribbling. Was wird meine Augen hier am Sehen? Ja. Solltet ihr ein Khalid erwarten, wie wir ihn bei seiner Mittleren und bei seiner Centurion-Karte gesehen haben und oder wie ihr ihn bekommen habt, weil ihr denselben Body-Type haben wollt, dieselben Playsides und dasselbe Gefühl, dann definitiv Finger weg. So, wie es auf dem Thumbnet steht und so, wie es im Titel steht. Für alle anderen, die 60 Tage sich Zeit lassen wollen mit dieser SPC, bin ich ganz ehrlich, das ist ein happiger Preis, aber ich bin drin. Ich bin drin, ich werde den Rolled-Up schließen, alles für die Ruhepol-Gang und das war's von meiner Seite aus. Ich freue mich, ihn zu testen, bin gespannt auf deine Meinung und wir sehen uns im Stream. Bis dahin, Sia! Bis dahin!